Ja, also ich als Frau LOL-Stream, pass mal auf, da muss ich aber die Brüste hier erstmal hier alles, am besten hier das, was hier so nett ist, weg. Ähm, ne Fake-Gamer-Brille auf. Ja, ich kann das ja machen, pass mal auf hier, Brille auf. Die muss dann hier vorne sitzen, die muss hier vorne sitzen. So, und die Brüste hoch. Und dann könnte ich vielleicht ein paar Viewer mehr und LOL-Stream. Und am besten, ähm, die Cam über den ganzen halben Stream hier drüber. Dann eventuell, aber ehrlich gesagt, muss nicht sein. Also das hab ich echt nicht nötig, außerdem, ähm, in meinem Alter. Ach, ich bin doch schon so alt, ich bin doch schon so, ich bin doch schon so ewig alt. Ach, aber ihr wisst, wen ich meine, ne? Ähm, diese unsägliche, schlechte, äh, LOL-Streamerin. Es ist ja eher nur noch schlimm.